Es war ein sehr stolzer Tag für mich jetzt, dass ich für so einen großen Traditionsverein das schreiben kann. Was sag ich? Ein deutscher Tatschwerer. Das erste Jahr natürlich mit Höhen und Tiefen, mehr Tiefen und da musste man viel, viel daraus lernen. Oh, das ist ein von den besten Tatschweren heute. Es ist wahrscheinlich ein von den besten Tatschweren der Monate. Ich bin raus. Wie Musik. Ja, es ist gut. Dein Dialekt ist schwierig, oder? Mein Dialekt? Hörst du mich, wenn ich was sage? Hörst du mich? Ich will nichts. Das haben meine Freunde mich auch gefragt. Aber was für Fragen, Babytown, man. Gibril, so. Und die 1 zu 0 Führung. Wie ich mir gar nicht vorstelle, ist da nichts, in einem vollen Waldstadion diese Emne zu hören. Wie ich mir gar nicht vorstelle, ist da nichts, in einem vollen Waldstadion.